So, da wären wir wieder. Dober Mauscursor, geh weg. Und wir wollen jetzt nur eine Sache schaffen. Wir wollen nicht in Stacheln oder von Händlern erschossen werden. Also nicht in Stacheln fallen und nicht vom Händler erschossen werden. Und da es letztens eigentlich sehr gut lief, also mit dem Meat Boy hier, abgesehen vom Ende, probieren wir es aber nochmal. Aber kein so doofen Tod. Bitte, 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 bitte. Ich kann auch damit leben, dass ich nur 50.000 oder so bekomme. Ist alles okay. Nur kein doofen Tod. Ich habe eben gerade eine Blutlinie gehört gehabt. Höre ich immer noch. Nöx. Der Physik zuwider. Springen wir hin und her in der Luft. Oh, Kisten. Oh, das Schreien wird lauter. Da bist du. So, wie kommen wir da hin? Schieb, 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 schieb. Komm, 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 komm. Ich will nicht den Geist nachher haben. Und das war jetzt doofen. Wir kommen zu dem einen Ding da nicht hin. Aber egal. Weiter, 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 weiter. Nicht in die... So. Oh, äh. Mist. Ich hätte das Ding mitnehmen sollen. Den Stein da oben. Okay. Präzisionsbomben schmeißen. Das war nicht so geplant. Diesmal nehme ich was mit. Gold, Gold. Gold. Jedes bisschen zählt. Seil. So. Ich hätte gerne... Kaa. Ich hätte gerne mein Leben zurück. Meine zwei Leben zurück. Fallschirm ist okay. Jetzt bitte Bomben. Kletterhandschuh. Sehr schön. Wie kommen wir zu dir? Gar nicht. Och, nö. Wart mal. Äh. Weil ich brauche die Blondine. Da geht kein Weg dran vorbei. Hier. Mal gucken, ob wir da rankommen. Willst du mich verarschen? Okay. Noch eine Bombe. So. Einen komischen Eisstrahler. Und Geist kommt. Okay. Hopp, 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 hopp. Da ist der Geist raus. Also wir haben jetzt schon Kletterhandschuh und Fallschirm. Und über 10.000 Gold. Und Küsschen. Aber die zwei Treffer hätten echt nicht sein müssen. Mit den Kledermäusen. Da hätte ich mich ein bisschen geschickt dran stellen müssen. Ein Götze. Der würde hier lang rollen. Hier lang rollen. Und da ist ein Shopkeeper. Nee. Nee, nee, nee. Das wäre zu gefährlich. Wir hätten gerne die Brille. Die da. Und die Seile brauchen wir nicht, weil wir Kletterhandschuhe haben. Wir müssen jetzt an ihm vorbei. Und hinter ihm wieder hoch. Hier irgendwo war die Blondine. Wo hast du'n werfen? Dich zum Beispiel. Oder so. So. Ich hätte gerne dich. Wo ist die Tour? Wo ist der Ausgang? Das ist erstmal wichtiger. Ja. Okay. Einfach laufen. Lauf, 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 lauf. So. Und du bist nicht tot, ne? Nein. Da ist die Truhe. Okay. Also. Wieder hoch. Komm schon. Wieder hoch. Wir brauchen jetzt den Schlüssel. Obwohl wir das Ding jetzt eigentlich gar nicht brauchen, oder? Das Auge des Horus. Das ist irgendwie jedes Mal drin. Und wir brauchen es nicht, weil wir die Brille haben. So. Und ja. Auge des Horus. Haben wir hier noch irgendwas zum holen? Ich hätte nämlich echt... Oh. Ich hätte nämlich echt gerne noch eine Kiste mit Bomben. Nö. Hier nicht. Du kommst noch mit. Und das war's eigentlich. Was? Den Pfeil habe ich mitgenommen. Nur so für den Pfeil, dass wir wieder irgendwo starten, wo wir umgeben sind von Pfeilen. Pfeile und die nicht auslösen können. Mit dem Knutschi werden wir übrigens wieder auf. Auf vier Lebensbomben. Und das hätte auch ganz schön ins Auge gehen können mit der Pfeilfalle. Wenn sie irgendwie den Shopkeeper da reizt. So. Und dich hätte ich gerne. Und das war's. Wo schreit jemand? Da schreit jemand. Und ich habe keine Bomben, um das Ding da so... Ah doch, natürlich habe ich Bomben. Gerade wäre hier gekauft. Verdammt. Bäm. Und ein Smaragd kam mir entgegengeschleudert mit Mobsgeschwindigkeit. Gut, dass die keinen Schaden verursachen. Aufgespießt von einem Smaragd wäre ein ganz schön komischer Tod. Äh, so. Dich hätten wir gerne. Klopp. Klopp. Warum hast du nicht ausgelöst? Ha. Ich bin schon wieder gestorben. Das ist vollkommen richtig. Und meine Leiche halten Skorpion umgebracht. Äh. Ach, Mist. Ich weiß, woran ich gestorben bin. Wir haben 10.000 Gold. Und ich bin gestorben. Weil meine Peitsche ja rundum Schaden verursacht. Und ich habe den einfach mal gegen die Explosionskiste geschlagen. Weil es ja so eine tolle Idee ist. Äh. Ja, recht weit unten. Menno. Na gut, machen wir doch ein normales Leben. Ein Abenteuer. Und zwar... Ja doch, du kannst nichts dafür. Komischer roter Kerl. Du machst das eigentlich ganz gut. Nur dein Spieler macht öfters Naturbefehler. So. Rainer. Inzwischen ganz viele weiße Striche an der Wand. Und jetzt einfach nur einen schönen Fun-Run. Zing. So, Blondin, höre ich noch. Ah, doch da. Wo schreist du, Holdemite? Ich hier. Da sind Edelsteine. Da sind Edelsteine. Hm. Ah, da bist du. Öh. Ja, wir haben keine Kletterhanschuhe mehr. Ja, gleich. Ja, gleich. Erstmal Prioritäten. Mehr Bomben. Gold. Kommen wir da irgendwo runter? Ja, kommen wir später. Okay. Okay. Dann kommst du bitte mit. So. So. So weit, so gut. Das ist ein richtig schönes Level mit dem ganzen Gold hier überall. So, ist es... Nein, ich muss ein Seil benutzen. So. Die eine Kiste hätte ich eigentlich ganz gerne. Da müsste ich viel zu viele Bomben benutzen. Obwohl, warte mal. Eine Bombe von oben müsste eigentlich reichen. Und zwar hier. Genau. Und drei Seile. Das ist ein guter Tausch. Aber wir haben ja gelernt, im Eis-Level kann man nicht genug Seile haben. Und oder Kletterhanschuhe, Springschuhe und Starre-Schuhe. So. 20.000 Gold. Kein Treffer und alles. Die Tagesaufgaben sind einfach nur verflucht. War hier noch irgendwas? Nee. Okay, raus. Knutsch. Da war schon mal ein Shop. Da löst du die Falle aus. Jo. Sehr schön. Das ist eine Versuchung. Mit dem Kalif schreien und der Blondine gleich daneben. Was haben wir da im Shop? Bombenkisten. Jo. Wart mal. Geben wir jetzt ein paar Bomben aus und kaufen uns gleich neue. Und zwar kommst du mit. Wir haben schon fünf Leben, also... Kommst du mal da rauf. Umhang. Sieht irgendwie komisch aus, der Typ im Cape. Okay. Bomben. Schlüssel mit, auch wenn wir die Truhe noch nicht gefunden haben. Und jetzt zum Händler. Sproing, sproing, sproing. Okay. Das müsste reichen. Warum sind die Stacheln da blutig? Ich glaube, ich will das gar nicht wissen. So, komm mit. Nein, nein. Komm mit. So. Pfeitsch, pfeitsch. Ah, schon durch. Okay. So, du kommst noch mit. Wir haben genug Bomben. Also hätte ich auch gerne das Zeug hier noch. Oh, das liegt hier gar nicht frei. Mist. Da habe ich mich verguckt. So, raus. So, jetzt würde ich gerne noch eine Blondine finden und noch ein Kali schreien. Ich höre Schlangen. Oh, ich glaube, den da könnten wir auch opfern. Aber ich weiß nicht, ob es genauso viele Punkte gibt wie die Blondine. Also, Kali-Punkte oder wie auch immer man das nennen möchte. So. Zeug. Wow. Da hätte ich mich fast selber aufgespießt. Ich höre eine Blondine und ich sehe die Schlangenbube. Hier. Ich müsste sie überleben. Jo. Zeug. Oh, oh, oh. Gut. Okay. Ah, 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 ah. Jetzt muss ich wieder ein Seil benutzen. So, du kommst mit. War hier eben ein Kali schreien? Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ja, ich glaube nicht. Na gut, dann geben wir dich so ab. So, müsste es gleich runterfallen. So, das ist ganz schön. Das ist ganz schön brutal. Und ja, ist auch brutal mit Leichen durch die Gegend zu werfen und was weiß ich, aber ich wollte dich eigentlich nur benutzen, um die Falle daraus zu lösen, die da, die gar nicht mehr aktiv ist. Und hier ist überhaupt nichts. Okay, du mit. So, du musst da runter. Na komm. So, noch kein Geist, sehr schön. Dann nehmen wir dich noch mit und dich noch mit. Und da oben das Gold noch mit. Und warum war noch kein Geist da? Wir haben bestimmt genug Zeit verdrödelt inzwischen. Na gut, raus. Ich bin ziemlich sicher, dass der Geist eigentlich hätte kommen können, kommen sollen. Hm. Vielleicht, wenn man Kali opfert, verzögert man die Zeit, bis der Geist kommt in den folgenden Leveln? Unwahrscheinlich, hm? Oh, da hätten wir schon mal einen Schrein. Vierten Mutti Blondie, ne? Kommst mit, kommst mit. Kommst mit. Schönen Weg zurückschaffen. Das ist ein richtig schönes Leben bisher. So, ich höre einen Hilfeschrei. Von da unten. Okay. Mitkommen. Hier durch. So. Du bleib erstmal irgendwo liegen. Bomben sind immer schön. Wir merken uns, Spitzhacke liegt unten links. Wir müssen eine Blondie jetzt nämlich ganz nach oben. Das könnte dauern. Warte, hier müssen wir hoch. Dann nicht hier. Wir sind vollkommen falsch, richtig? Richtig. Wir können an die Kiste da hinten nicht ran, sonst dreht der Shopkeeper durch. Also müssen wir jetzt hier zickzack springen und der Geist kommt. Na ja, noch nicht, aber demnächst. So. Gucken wir, was es schönes gibt. Kali gibt dir ein Geschenk. Einen komischen Kral. Objekte. Eine Tasse aus einer, aus einem Schädel. Sie wird für blutige Rituale verwendet. Was genau bringt mir das jetzt? Ich habe zwei jungen Frauen dafür geopfert. Also, zwei Blondinen. Plus, andere weiß ich nicht. Na gut, wird sich zei- Zeigen. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass eigentlich genug Zeit verstrichen sein müsste für den Geist. Aber vielleicht bin ich da irgendwie zu müde oder so. Na gut, gehen wir langsam in Richtung Ausgang. Schaden kann es nicht. Zumal man noch gar nicht wissen, wo der Ausgang ist, oder? Richtig. Warum kommt der Blut von der Decke? So, raus. Oh, der Kelch hat sich verändert. Der Kelch ist gerade rot geworden. Da trieft der Blut raus. Seht ihr? Der sieht ganz komisch aus. Oh. Ah, wenn wir Gegner töten, fühlt sich das. Okay. Ich mag die Ticke-Ecke hier nicht. Und ja, ich will die Blondine. Oh, oh, oh. Da unten kommt wieder ein Pfeil-Elementar raus. Das muss auch nicht sein. Hat der Smrakte-Grad was erschlagen? Zoing. Oh, warte mal. Komm, boah auf. Nein, so war das nicht geplant. Wollte ich K.O. schlagen, verdammt. So. Dich brauchen wir gar nicht. Dich brauchen wir. Du gibst keinem Bluter. Komm, Klubber. Was? Ich sehe da keinen Unterschied. Also ich habe irgendwie den Verdacht, 10 Gegner umbringen. 10 Gegner umbringen und dann kriegt man vielleicht ein extra Leben oder so. Würde jedenfalls zu Kali passen. Blondine ist irgendwo hinter den drei Ticke-Pfeilen, nehme ich an. Also da oben. Ich habe aber nicht so wirklich das Bedürfnis, da zurückzugehen. Primär wegen den Ticke-Pfeilen da. Zoing. Also gehe ich einfach raus. Oh, du kommst mit. Raus. Wir haben schon 68.000 Gold. Ich höre gerade Summen. Kann das sein? Hm. Oh, und der Marktplatz ist hier irgendwo. Hier nehme ich. Mhm. Oh. So. Dich geben wir ab. Dich nehmen wir mit. Dann können wir gleich an den Marktplatz reingucken. Auch wenn ich da in den Tagesaufgaben immer sehr viele Probleme hatte. Muss ich ja nicht immer wiederholen. Hier komme ich nirgendwo wieder zurück. Ich würde gerne noch ein bisschen... Oh, da ist noch eine Blondine. Die nehme ich mit. Was zur Hölle war das denn? Da ist ein Piranha genau in dem ein Wasserfeld gewesen. Das ist nicht schön. Oh, du kommst mit. Warte. Spitzhacke kommt auch mit. Denn ich will die Ticke-Falle da zerstören. Nein. Du bleibst da. Du kommst mit. So. Doofe Ticke-Falle. Verdammt. Rein da. So, und jetzt bitte keine Instant-Explosionen. Terroristen-Tod und was weiß ich. So. Ich hätte gerne ein Küsschen. So. Dich hätte ich gerne nicht. Da unten sind die Bumerang-Schmeißer. Die machen nur Unsinn. Da ist ein Kletterhanschuh. Den hätte ich gerne. Sieht jetzt komisch. Also nicht schlecht, nur komisch. Dich hätte ich gerne. Dich hätte ich gerne. Dich hätte ich gerne. Dich hätte ich gerne. Bomben. Oh. Klebepaste kriegen wir früh genug selber. Was bist du? 50.000. Haben wir nicht mehr. Aber sieht interessant aus. Soll ich bei Zeiten mal kaufen. So. Explosionsfrosch. Der kann Unsinn bedeuten. Ach, er ist gerade in den Tod gesprungen. Das ist vollkommen okay. Drehen wir mal. Obwohl ich die komische Pistole gar nicht haben will. Du hast etwas Geld gewonnen. Wie viel? Da wird jetzt nicht drauf geachtet. Warum springen die alle in die Stacheln? So. Ich hätte gerne noch die Seile hier. Und da will ich eigentlich schon wieder raus. Wer hat mir ganz viel Schönes einkauft. Und du Affe da hinten stirbst. Oh. Stirbst jetzt. Und ja, ich weiß, dass er wieder in die Hose gehen könnte, falls der Händler wären. Aber ich mag die Affen nicht. Oh oh oh. So. Das war mal ein schöner Schwarzmarkt. Zing. Und weg. So. Du wirst auch bald kaputt gehen. Treue Spitzhacke. Oh, wir haben so schöne Ausrüstung. Sprungschuhe und Kletterhandschuhe überhaupt. Zing. Zing. Na. Nicht unter Kisten springen, wenn sie runterfallen. So. Blondin, wo bist du? Da bist du. Dem Äffchen klaue ich jetzt die Liane. Hihihihi. Äh. Oh. Komm her. Oder so. Stopp, 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 stopp. Die Spitzhacke muss mit. Na gut. Viel lang. Oh, da hätten Stacheln sein können. So. Was haben wir da unten? Gut, dass wir den Umhang haben. Oh ja, das hätte sehr ins Auge gehen können. Äh. Erstmal Götzen abgeben. Dann Hunde, Gondine. Was bringst du eigentlich? Du bringst Edelsteine. Okay. So. Zing. Dann hätten wir gerne dich. Dich. Dann laufen wir wieder dahin. Dann laufen wir wieder zurück. Dann brauchen wir noch die Spitzhacke. Auch wenn die bestimmt nur noch ein, zwei Ladungen hat. Aber ein, zwei Ladungen können ein, zwei Bomben ersparen. So. Mitkommen. Oh stimmt, Stachelschuhe brauchen wir auch noch. Also für diese Bossgegner sind die ja doch recht praktisch. Zum Beispiel diesen riesen Frosch oder Fisch oder was auch immer das gerade war. Den hätten wir auch mit Stachelschuhen erledigen können. Hallo Tunnelmann. Zwei Seile. Ja, bitteschön. Das heißt, wir können jetzt zur Eiswüste? Bomben. Ja doch, kauf ihn mal. Okay, das hätte ins Auge gehen können. Aber ich habe schon mal... Aber ich habe schon mal gelernt, man kann mit einer Spitzhacke Minen indirekt entsch... Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Also Minen indirekt entschärfen. Und ich bin tot. Oh, das geht. Okay. Nein, nein, nein. Nein, nein, komm. Komm schon, komm schon. Nein, wach auf, wach auf, wach auf. Was zur Hölle? Hm. Also interessant, dass man schnell genug ein Seil hochwerfen kann, um sich selber daran festzuhalten. Aber es hat halt nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich hätte ich am Seil eine Bombe nach oben schmeißen sollen. Oh, ich hätte einfach an die Serverseite gehen sollen. Also ganz links und ganz rechts die Wände. Da kann ich auch hochklettern mit dem Kletterhandschuh. Gut. Trotzdem ein sehr schöner Run, fand ich. Wir haben tierisch viel Gold ausgegeben und haben immer noch wesentlich mehr übrig als bei der Tagesaufgabe. Und wir haben den Tunnel, glaube ich, zum Eisgebiet freigeschaltet. Wenn nicht, dann wenigstens ein Stückchen weitergebracht. Also doch schon mal was Produktives. Aber na gut, wir sehen uns dann morgen wieder. Bye, bye. 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 Bye.